Ja, willkommen Leute. Es ist tatsächlich wieder passiert, ich habe wieder eine neue Funktion auf meinem Kanal freigeschaltet bekommen und die wollte ich euch heute vorstellen und zwar ist das die Mitgliedschaftsabstufungs-Einstufungs-Aufteilungsfunktion, wie man auch immer das nennen mag. Und zwar kann ich jetzt nicht für 4,99 die Mitgliedschaft anbieten, sondern für variable Preise. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man sich das nicht leisten kann, wenn man sagt, ich habe diese 4,99 nicht, habe ich ja ein paar Zuschauer, deswegen habe ich das jetzt aufgeteilt. Ich habe gestern diese Funktion freigeschaltet gekriegt, warum auch immer und deswegen wollte ich euch das vorstellen. Das ist sicherlich sehr interessant für alle, weil jetzt können wirklich alle Mitglieder werden, jeder der Mitglied werden will, kann Mitglied werden, also das vegane Abzeichen kriegen, die E-Mails benutzen und alles. Wir suchen einfach mal rein, ich werde euch das mal alles erklären. Es ist alles ganz, ganz simpel. Und zwar habe ich 5 Unterteilungen gemacht. Ich kann es euch mal hier zeigen. Ich glaube, hier ist das genau. 5 Unterteilungen und zwar hier ist die ganz normale Mitgliedschaft und hier ist die günstigere Mitgliedschaft für 99 Cent im Monat. Also du gibst für Wasser pro Tag mehr Geld aus, als für eine Mitgliedschaft pro Monat. Also 99 Cent im Monat, das ist wirklich, da kann mir keiner sagen, der kann sich das nicht leisten. Das ist ein Lolli im Monat. Von daher, jeder der Mitglied werden will wirklich und der kann jetzt Mitglied werden, ohne dass er irgendwie hier groß Geld ausgeben muss. Von daher, die erste Mitgliedschaft, das ist nach Stufen unterteilt. Das sieht man hier leider nicht. Bei mir im Manager steht drin, das sind Stufen. Die allererste Stufe ist der kleine Baumgeist. So habe ich das genannt. Ihr kennt das vielleicht von Prinzessin Mononoke. Ich habe hier die Mitgliedschaftsnamen, so gesagt, eingeteilt in so bestimmte Figuren aus diesem Anime, weil ich die so toll finde. Ihr kennt vielleicht Baumgeister. Ja, ich liebe Baumgeister. Die sind so toll. Diese kleinen weißen Wesen, diese rumlaufen im Wald, die sind so halb durchsichtig. Ich liebe die. Und auf jeden Fall, ich glaube, die waren auch im Anime so ein Zeichen für Leben. Wenn das Leben auslöscht, dann verschwinden die und wenn es wieder aufblüht, dann werden die hergestellt, die kleinen Baumgeister. Und auf jeden Fall, ja, Stufe 1, kleine Baumgeister für 99 Cent im Monat. Im Monat, nicht pro Tag. Im Monat, Leute. Was beinhaltet es? Es beinhaltet, dass du Logos, also dass du hier das ganz normale Logo kriegst, ne? Das vegane Abzeichen, das alle haben wollen. Ja, jeder will dieses Abzeichen haben. Bam, du kriegst dieses Abzeichen für 99 Cent. Und du kannst die Emojis benutzen, natürlich im Live-Chat. Du hast einen grünen Namen auch im Live-Chat, dann, ne? In den Kommentaren unter den Videos hast du das Abzeichen, so wie jedes andere Mitglied auch. Und, ja, genau das sind die Vorteile für die Mitgliedschaft kleiner Baumgeist. Ja, Stufe 1. Dann geht es weiter, halt, Stufe 2 ist das Vollmitglied. Das seid ihr jetzt alle. Ihr seid ja alle Vollmitglied, die Mitglied sind. Volles Team Lichtblick Mitglied. Und das teilt sich auf in die typischen Punkte. Die werde ich jetzt nicht alle ausführlich aufzählen. Denn ihr wisst das ja, ne? Wenn nicht, dann guckt das Video, was ich damals gemacht habe, über die Mitgliedschaftsfunktion. Also du kriegst dafür natürlich alles in der Stufe vorher, ist ganz klar. Und Vollaufmerksamkeit plus mehr Herzchen auf deine Kommentare. Du kommst automatisch auf die VIP-Liste. Das heißt, deine Kommentare werden nicht zurückgehalten, müssen von mir nicht mehr überprüft werden. Die werden immer durchgewunken. Du wirst zu einem Teil meines Kanals natürlich, jedes Mitgliedsenteil. Du unterstützt den Veganismus natürlich und nur Mitglieder-Chat im Livestream. Auch, ne? Wenn ich sehe, dass der Chat zu schnell wird, kann ich den nur Mitglieder-Chat anmachen. Dann Stufe 3. Das ist noch eine Stufe höher als die Vollmitgliedschaft. Und zwar der mächtige Nago, habe ich das genannt. Ihr kennt das vielleicht auch aus dem Anime. Ja, das ist der Berggott. Und die nächste Stufe, also das ist für 9,99, das ist für 19,99, ja? Der Gott des Waldes, ihr kennt den, das ist der hier, auf dem Bild. Das ist ja aus dem Anime. Da ist der Hüter der Natur. Und das sind einfach, ich habe diese Abstufungen einfach gemacht für Menschen, die sich sagen, okay, 4,99 Eugen, das ist, ich will dich mehr unterstützen. Ja, ich hatte damals bei Patreon zum Beispiel einen, der hat, da gab es ja genauso, bei Patreon gibt es ja immer Abstufungen, da gab es auch von einem Euro bis 50, glaube ich, hatte ich gemacht. Und ich hatte auch ein 50 Euro Patreon. Von daher, hier ist genau das Gleiche. Ja, wer 9,99 geben will, der sagt, ich will, das ist der Betrag, mit dem ich einverstanden bin, den will ich dir geben. Ja, da wird mächtiger Nago oder Gott des Waldes für 19,99. Und dann natürlich ganz am Ende das Level 5, ja, Stufe 5 Mitglied. Das ist der Unsterbliche. Und der kriegt dann natürlich noch weitere Extras und zwar 4 Stück an der Zahl. Und zwar folgendes, du kriegst eine Sonderbehandlung. Ja, das bedeutet, du wirst VIP Elite Mitglied. Ich werde dir immer antworten auf alles, was du, was du fragst. Alles dreht sich um dich. Also, wenn du einen Kommentar schreibst, ja, ich lasse alles fallen. Ich setze mich hin und beantworte deine Frage. Ja, mit bestem Gewissen. Deswegen, ja, du kriegst eine spezielle Sonderbehandlung von mir. Und dann, du wirst, das ist auch natürlich ein Knaller, du wirst Kanal- und Live-Chat-Moderator. Das heißt, ich werde dich als Kanal-Moderator einfügen. Ich weiß nicht, was genau das bedeutet. Ja, das bedeutet, du kannst irgendwelche Kommentare entfernen oder was auch immer. Also, ich habe noch nie einen gehabt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber ich werde dich als Kanal-Moderator eintragen. Und als Live-Chat-Moderator, wenn du Kanal-Moderator bist, bist du auch automatisch Live-Chat-Moderator. Das heißt, du wirst, im Live-Chat laufen ja so die Namen. Dann, Mitglieder haben grüne Namen. So richtig geil, neon-grün mit so einem veganen Abzeichen. Und dann kriegst du noch ein Schraubenschlüssel-Symbol neben deinen Namen. Ich weiß jetzt nicht, ob dann beide Symbole zu sehen sind. Habe ich ja noch nie gemacht. Ich weiß es nicht. Ich denke aber schon. Dann hast du zwei Symbole neben deinem Namen, höchstwahrscheinlich. Und damit die Leute sehen, du bist Moderator. Ich glaube, es kann sein, dass dein Name sich dann in blau umwandelt. Dann hast du, glaube ich, einen blauen Namen als Moderator. Und auf jeden Fall, das kriegst du auch. Also, du wirst Moderator auf diesem Kanal. Und wir werden die besten Freunde. Hier steht es, du und ich, gegen den Rest der Welt. So sieht es nämlich aus. Und noch extra dazu, ein Video für dich pro Monat. Das heißt, du kannst einmal im Monat sagen, hey Eugen, ich will ein Video sehen zu dieser Krankheit. Oder zu irgendeinem Nahrungsmittel oder sowas. Natürlich kannst du jetzt nicht sagen, mach ein Video zu Politik oder sowas. Das werde ich nicht machen. Das ist ja nicht Thema des Kanals. Sondern du kannst ein Thema mitbestimmen. Aber es muss natürlich sich im veganen Kreis bewegen. Von daher, das sind so die Vorteile. Und das finde ich eine ziemlich geile Funktion. Habe ich auch noch nie gesehen, dass es eine Unterteilung gibt in Mitgliedschaft. Aber gestern kam bei mir diese Funktion aufgepoppt. Und von daher, richtig, richtig geil. Hier könnt ihr nochmal sehen, die Preise. Die Preisunterteilung 99 Cent, 4,99. Das normale Vollmitglied. Dann mächtiger Nago 99. Gott des Waldes, 1999 und Unsterblicher. Für 50 Euro. Wer das Geld dafür hat, wer das haben möchte. Wer in Stufe 5 Mitglied sein will. Deswegen, Leute, neue Funktionen auf meinem Kanal. Überlegt es euch. Die noch nicht Mitglieder sind. Jetzt könnt ihr absolut Mitglieder werden. Solltet ihr auch absolut Mitglieder werden. Weil es ist super günstig. Ja, super günstig. Ja, es ist ja. Ein Ablund, ein Ei ist teurer. Deswegen, jeder, der wirklich Mitglied werden will. Der kann jetzt werden ohne Ausrede. Und diejenigen, die aufsteigen wollen als Mitglied. Ja, in eine höhere Stufe steigen wollen. Die können das jetzt auch machen. Einfach, ne. Sich bei einer neuen Stufe eintragen. Ja, auf Mitglied werden. Und dann halt eine neue Stufe sich aussuchen. Und wer es möchte, ja. Wer mich mehr supporten möchte. Gibt es also Leute, die sagen 4,99. Das ist ein bisschen wenig. Warum kann man nicht mehr pro Monat donaten? Deswegen, ja. Könnt ihr euch absolut aussuchen. Von daher, Leute. Das ist das. Neue Funktionen auf meinem Kanal. Ich bin mega happy über die neue Funktion. Ja, das ist ziemlich geil gemacht. Also, finde ich richtig geil. Das Allergeilste wäre überhaupt natürlich, wo ich mich am Anfang megamäßig gefreut habe. Aber ich dachte, vielleicht kann ich diese Logos hier für jede Stufe ein eigenes Logo machen. Zum Beispiel kleiner Baumgeist. Hätte ich irgendwie so einen kleinen Geist gemacht und so. Das wäre richtig cool. Aber kann man leider nicht machen. Es gibt nur ein Symbol. Die kriegen alle Mitglieder. Und von daher. Vielleicht kommt sowas noch irgendwie in Zukunft, dass man da ein eigenes Symbol machen kann. Damit man auch sieht, so im Chat, okay, das ist Unsterblicher zum Beispiel. Okay, bei Unsterblicher wird man es ja sehen, weil der kriegt ja einen Schlüssel neben dem Kanal. Und der Name hat ja kein anderer. Von daher. Ja, diese Sache, Leute. Also überlegt es euch gut. Ja, wer möchte, kann aufsteigen. Werdet Mitglied. Lohnt sich absolut. Ihr seht, gibt es Vorteile ohne Ende. Hier in der letzten Stufe habt ihr 15 verschiedene Vorteile. Also könnt ihr euch wirklich angucken. Von daher, Leute. Ich würde mich super freuen, wenn ihr euch das überlegt. Wenn ihr Kanalmitglied werden würdet. Das wäre super, super nice. Und ihr könnt mich unterstützen, den Veganismus, damit ich weiter Videos machen kann. Und von daher, Leute. Ich freue mich mega auf euch als Mitglied. Es sind ja so und so schon so viele Mitglieder bei mir. Ihr seht immer unter den Videos in den Kommentarbereichen hat irgendwie jeder mittlerweile ein vegan Abzeichen. Das finde ich so geil. Einfach wirklich schöne vegane Community. Wir sind alle zusammen. Und von daher, das ist so geil. Von daher, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid. Mitglied werden lohnt sich absolut. Und wir sehen uns dann morgen, wie immer, im nächsten Video. Peace.